Die drei Fragezeichen und die schwarze Katze Ein Wort zum Gruß Willkommen, Krimi-Freunde! Wieder einmal habe ich das Vergnügen, euch das jugendliche Freundestrio vorzustellen, das sich die drei Fragezeichen, sprich die drei Detektive, nennt. Wir übernehmen jeden Fall, lautet ihre Devise, und danach handeln sie, ob mit oder ohne Einladung. Vermutlich fingen sie deshalb auch das Herumschnüffeln an, in jenem Zirkus, der Betriebsunfälle förmlich auf sich zu ziehen schienen. So schlägten sie denn ihre Nasen in die dunklen Geschäfte anderer Leute, kundschafteten das Geheimnis um eine schwarze Stoffkatze aus und spielten den Horcher an der Wand. Doch es sei fern von mir, ihren jugendlichen Eifer zu verunglimpfen. Die Burschen sind schon in Ordnung, höchstens ein klein wenig zu neugierig. Falls dies eure erste Begegnung mit ihnen ist, so sollte ich noch erwähnen, dass an Justus Jonas, dem schwergewichtigen Anführer der drei, bemerkenswerte Geistesgaben zu rühmen sind. Peter Shaw ist groß und muskulös, und seine Glanzleistungen liegen auf sportlichem Gebiet. Bob Andrews, der kleinste der drei, kümmert sich um die Recherchen und führt die Akten des Unternehmens. Wo aber Gefahr droht, da beweist er auch Löwenmut. Alle drei sind in Rocky Beach, einer kalifornischen Kleinstadt bei Hollywood, zu Hause. Ihre Aktionsbasis ist ein ausgedienter Campinganhänger auf dem Schrottplatz der Firma Gebrauchtwarencenter T. Jonas, dem von Justus Onkel und seiner Tante betriebenen Trödelgroßmarkt. Hätten die drei Fragezeichen bedacht, dass jene mysteriöse Katze schwarz war und ihnen an einem 13. zum ersten Mal begegnete, so wären sie vielleicht nicht ganz so naseweiß gewesen. Jedenfalls waren sie bei diesem Fall bis zuletzt vom Pech verfolgt. Doch mehr will ich hier nicht sagen. Auch ihr wollt gewiss dieses Vorwort hinter euch bringen und euch endlich der Geschichte zuwenden. Albert Hitfield Und ihr schaut mal auf Zeit. Diese être glättet Vielen Dank.